Also ich gehe mal stark davon aus, dass Mr. X hier wieder dabei ist. Ja wir sind also noch sind wir in der Kanalisation, aber sind auf jeden Fall Arbeiterraum, ja wir sind wieder, oh mein Gott ne, ja wir sind wieder in der Polizeistation. Cool. Also haben wir jetzt ein richtig fettes großes Areal wo wir rumlaufen können. Warte mal, wir können doch hier die Kurbel benutzen noch, ne? Oben. Das kriegen wir dann noch schönes. Speichern erstmal jetzt. Ah, dafür ist das Ding okay. Oh, eigentlich will ich gar nicht Leute. Speichern nochmal, so wie wir das Ding aufhaben. Hallo. Mr. X. Ah, Dunkelkammer, jetzt kommen wir da hin, okay. Jetzt können wir den Film entwickeln. Büro Westseite, ja. Ich hoffe, dass Mr. X hier nicht mehr ist. Also ich hoffe es schon, weil es dann interessant wird, aber ich hoffe es auch nicht, weil dann, ha, Hauptfuck. Drei von mir. Hallo, Dunkelkammer. Ein Film für dich. Oh, zwei Stück. Mein Schreibtisch und... Aha. Wo soll das denn sein? Hab ich ja gar keine Ahnung. Irgendwo ein Wohnschreibtisch sein soll. Keine Ahnung. Ich speichere vorsichtshalber mal. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. So. Ob wir hier noch irgendwann, was ich brauchen könnte. Nee, ne? Hier ist eigentlich nichts mehr. Nee. Hier. 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 Wenn wir saßen. Wie mache ich es? Okay. Seit einem. Wie sagt der denn her? Why sind es hier? viele blutige schritte das war das vorher auch schon was kommt kombinieren wir hier mit so verstorben gut sonst haben wir hier nichts mehr großartig oder also ich wüsste jetzt nicht was wir hier unten machen sollten um ehrlich zu sein stecker finden wir brauchen halt diese schachfiguren eine haben wir können ich weiß nur nicht ob wir ob sie reichen ob dir reicht das ist die Frage so so gehen wir erst mal zu dem zu diesem Schloss haben wir ja hier gefunden SZ11 oder so die Frage ist wo war das also auf jeden Fall müssen wir entweder da zurück oder hier erstmal hier lang war hier nicht noch eine Kurbel oder so was man aufkurbeln musste so ein Tor wow sind die so schnell verdammt noch mehr Pistolen Munition warum sehe ich das denn jetzt erst was ist das T-Stange Vertiefung doch noch weiter ah hier okay das möchte ich mir auch aufmachen dann ach hier bin ich jetzt okay also bin ich quasi zurückgelaufen das ist so verwinkelt hier alles oh nein und bevor ich da weiter ich muss mit Sicherheit da rein irgendwie mit Sicherheit aber bevor ich da rein hingehe die Mission geht eigentlich wieder mittlerweile bevor ich da irgendwas mache wollte ich erst äh eigentlich wo muss ich denn hin ich muss nach oben oder nicht wollte ich eigentlich den Spind noch öffnen wo muss ich da hin das weiß ich gar nicht mehr nee hier muss ich nicht hin nee hier Überwachungsraum doch ich muss hier rüber so was war das jetzt versteck nee nee das nicht wo war das jetzt versteck dann müssen wir uns auch noch irgendwie schnappen später das ist mit Sicherheit in der Polizeistation frag mich nur nicht wo ich denke mal irgendein Büro keine Ahnung wo ist denn dieses Jazz Ding ah hier okay SZF äh wo war denn das Ding war doch hier oder nicht war das nicht hier wo war das denn ich hole mal ein Orientierungssinn hier ich tue erstmal das Elektronikteil da rein damit wir ein bisschen äh Platz haben dann haben wir das schon mal da so wo ist der Spind gewesen da über mir fuck wie soll ich denn da wie komm ich denn da hoch nochmal ich muss irgendwie hochkommen ich glaub da links ne ich glaub hier links und dann über die Seilbahn irgendwie war das ne da ist ja nix mehr dann oh mein Gott beim Pfadfinderwissen hier na jetzt geh ich wieder runter was soll das ne da war nix okay wie der hier liegt ey ich hab schon gedacht ey hab nur einen Schaden gesehen so hier jetzt hoch dann sollten wir da sein so dann suchen wir noch nach diesem Schatz und dann machen wir uns dann das äh Rätsel mit dem mit den Schachfiguren so was haben wir jetzt hier gewesen äh was war das jetzt SZF okay S Z F Magnum Munition perfekt also jetzt haben wir auf jeden Fall Schusssicherheit mit dem Ding hier warte mal hier runter warte mal haben wir jetzt hier alles hier haben wir alles durchsucht Steckdose ja da gehen wir jetzt runter gleich ich würde gerne noch nach dem Schatz suchen einmal kurz dann muss ich schon wieder zurücklaufen ne immer speichern ganz wichtig ne warte mal hier nicht jetzt mal erstmal wieder zur Polizeistation kommen wo war das denn nochmal ich glaube hier raus dann da runter und da wo wir hergekommen sind quasi aber ich glaube das sind noch ein zwei Zombies gewesen soll hier hoch nicht ne oder doch doch da hoch okay oh Hello Scheiße Scheiße B Ugh T hm oh how oh noch einer hier war nix mehr und dann gehen wir erst mal zurück zu police station suchen nach dem schutz ich hoffe da ist sehr viel munition frage ist nur wo warte mal ich habe eine idee wo das sein könnte ich bin mir fast sicher dass es im presseraum ist hier an diesem pult da ist doch so ein pult das sieht sehr stark danach aus äh ne warte noch nicht da hoch so die magnum tue ich vorsichtshalber erstmal weg damit ich die gar nicht erst benutzen kann das ding brauchen wir auch nicht mehr das können wir wegwerfen schießpulver tue ich auch mal weg erstmal sicherheitshalber das behalte ich noch das ding brauchen wir anscheinend noch das tue ich auch erstmal weg so dann mal speichern oder ne komm wir speichern auf ich muss mal kurz gucken ist es wirklich was ist denn hier dieses bild so weiß es halt echt nicht ne ich kann mir halt wirklich gut vorstellen dass es der presseraum ist was anderes ist keine ahnung 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 Untertitelung des ZDF, 2020